Herzlich Willkommen zurück auf diesem Kanal. Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich mache gerade so einen Apfelporridge für Romeo. Ich liebe es für Romeo selber zu kochen, aber es ist natürlich sehr zeitaufwendig. Ich glaube, dass ich das so in der Zukunft handhaben werde, dass wenn ich was für uns koche, ein bisschen was davon abnehme und ohne Salz, ohne Gewürze quasi für ihn dann püriere oder ihm so in die Hand drücke. Ja, aber für heute Abend wollte ich eben einen Apfelporridge machen. Hier ist schon der Haferbrei am Kochen. Und ich hoffe mal, es schmeckt ihm. So laufe ich übrigens meistens zu Hause rum. Einfach ein ganz entspanntes T-Shirt und dann meine schwarze geliebte Leggenz und meinen Dutt, den ich wirklich jeden Tag hier zu Hause trage. Leute, ich habe auch Haare auf dem Kopf, die ich offen trage, aber wirklich nur, wenn ich irgendwo hingehe. Ja, so ist einfach das bequemste Outfit, wenn man zu Hause ist. Da hinten ist mein kleiner Bub und der fängt schon richtig jetzt an, die ersten Krabbebewegungen zu machen. Das macht er jetzt schon ungefähr zwei Wochen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Und da, er nimmt quasi schon seine Hände und auch, genau, er setzt sie ein, die Hände nach vorne und auch die Beine. Das ist alles schon auf dem Weg, bis er dann irgendwann richtig krabbeln kann. Darauf freue ich mich irgendwie richtig. Aber ich weiß auch, dass er dann wirklich unsere Wohnung unsicher machen wird. Anderes Thema. Aber ich glaube, wenn es nach Romeo gehen würde, Leute, würde der nur auswärts sein. Der würde nur irgendwo gerne sein, weil... Ihr wisst zu Hause hartlein. Schaut euch den mal an. Guckt mal. Er ist natürlich auch oft frustriert, wer das dann nicht schafft. Aber seht ihr das? Bald macht dieser kleine Bub unsere Wohnung unsicher. Aber hört ihr das? Er meckert immer so ein bisschen, weil er es dann irgendwie doch nicht ganz schafft, den Fuß hinterher zu ziehen und sich fortzubewegen. Manchmal liegt es auch daran, weil er einfach Lust hat zu essen, weil Hunger kann er nicht haben. Ich habe ihn gerade erst gestillt. Manchmal hat er einfach nur Lust, was zu essen. Das kennen wir ja alle. Von daher mache ich ihm jetzt so ein Abendbrei. Das habe ich noch gar nicht angesprochen. Aber ich finde, dieses Thema BWL fragen sich vielleicht die einen oder anderen, warum ich, ähm, ja, ihm noch keine großen Stücke oder ihn selber essen lasse. Ich sage euch, warum. Romeo, ich bin schon dabei. Immer was trinken und dann kriegst du, gibst dann leckeres Abendbrei, okay? So mache ich das übrigens auch im Haushalt, Leute. Äh, also es sieht immer alles auf den Reels und auch in YouTube sieht es immer so aus, es wäre es immer, also hört, äh, als würde ich mich da nicht manchmal stressen. Aber es gibt auch Momente, wenn, ähm, er dann was anderes will als ich, ist ja klar, ähm, dann hilft oftmals einmal der Hochstuhl oder was zu essen oder die Trage. Und dann geht es schon. Aber es gibt bei mir auch Tage, wo ich mir denke, was hat denn mein kleiner Freund? Aber dieser Hochstuhl, obwohl ich mir jetzt einen neuen bestellt habe, weil ich finde, darin kann er irgendwie nicht mehr gut sitzen. Der rutscht immer zur Seite und die Bänder sind auch viel zu locker. Also diese Gurte und, ja, für die neugeborene Zeit war es super, aber ich rutsche irgendwie von Thema zu Thema. Was ich sagen wollte, ich habe einen neuen Stuhl bestellt, der kommt bald an, von Stocker, seid gespannt. Einen neuen Drittwaffstuhl, damit du richtig gut essen kannst. Was wollte ich jetzt sagen? Och, kennt ihr das? Und ich vernehme mich immer in den Themen, weil ich so viel zu erzählen habe oder möchte. Ah, genau, jetzt weiß ich es wieder. Das Thema BWL, also die Beinkosten quasi, ihm Dinge in die Hand geben. Ich würde es eigentlich gerne machen, aber Juli und ich und ganz besonders Juli hat einfach noch sehr Respekt davor. Und hat eben auch ein, was weiß ich, ein kleines Trauma, aber seine Nichte hat sich damals so was von arg an der Traube verschluckt. Und ich meine, ich arbeite ja eigentlich auch in der Kita und weiß. Willst du nicht, dass ich rede? Jetzt hat er Schaffi und jetzt lacht er. Das ist toll, wenn du die Schwerkraft probierst, das nennt sich Schwerkraft, wenn du die Flasche runterfallen lässt. Das ist richtig cool. Ich habe jetzt so Dinger bestellt. Guck mal, ich wollte schon wieder was anderes erzählen. Dass die Flasche nicht runterfällt. Bei BWL, ja, Juli hat einfach wirklich davor Respekt, was ich voll verstehen kann, weil wir immer denken, er verschluckt sich oder er kann das irgendwie noch nicht essen. Aber wir waren gestern beim Kinderarzt bei der U5 und er meinte, wir können damit ruhig anfangen. Und es ist ja sowieso voll gehypt hier in Deutschland, BWL einzuführen und das Kind selber essen zu lassen. Ich bin ja eigentlich auch ein Fan, aber ich habe, muss ich sagen, auch Respekt davor und habe Schiss, dass er sich irgendwie verschluckt. So, Romeo, schau mal. Heizt mal fest. Heute herrscht hier nicht so viel Ordnung in der Wohnung, aber ist halt so. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob es euch da ähnlich geht. Beim Thema BWL und ja, ausprobieren, dem Kind selber große Stücke in die Hand zu geben, beziehungsweise ihn einfach selber essen zu lassen. Ich finde das voll wichtig. Aber ja, ich glaube, ich muss da auch noch ein bisschen drin wachsen und mich drin üben. Mit Brei ist halt einfacher. Es geht mir gar nicht um die Sauberkeit. Man kann sich gerne vollmatschen von oben nach unten. Hier geht es irgendwie nur ums Verschlucken. Weil man irgendwie denkt, oh, er kann das noch nicht. Er kann da nicht abschätzen oder was ist, wenn es in die Luftröhre kommt, weil wir es eben bei seiner Nichte erlebt haben. Das war echt heftig. Ja, wenn der Gudi jetzt da wäre, wenn der Papa da wäre, ne, dann finde ich das jetzt nicht so. Aber wir haben gestern besprochen, dass wir es jetzt einfach mal ausprobieren und brauchen wir es halt dann ganz arg drauf achten. Ich glaube, Viers ist dem zu schulden, dass er wirklich einfach Lust hat zu essen und einfach auch viel mehr Hunger hat als vorher. Der verbraucht so viel Energie durchs Krabbeln, gerade durch die Versuche. Wird auch gerade viel, viel schneller müde. Da passiert ganz viel in den Gelenk auf, gell? Da passiert ganz viel. Also er nagt da jetzt nur so rum. Ich zeige es euch mal. Also der nagt da gerade echt nur so ein bisschen rum. Und guckt mal, wer hier hinten ist. Simba liebt nämlich Apfel. Und da oben liegt ja der Apfel. Wenn ich ihm den Apfel wegnehme, dann macht er so... Gell? Du bist einfach Hunger und das darin auszuprobieren. Tja, unser Apfelporch ist in der Making. Und ich freue mich, dass er jetzt gleich essen kann, weil man soll anscheinend den Abendpreis so ein bis zwei Stunden vor dem Zu-Bett-Gehen geben. Und er geht so um 8 Uhr schlafen. Jetzt ist es 6 Uhr, also perfekt. Wir gehen dann auch eine Runde spazieren. Und dann kommt auch schon der Papa. Und er ist heute in mein Fitnessstudio. Heute ist ja sein Tag mit dem Gym. Also aufgeräumt sieht anders aus. Aber egal. Der Kleine hat Hunger. Deswegen gibt es jetzt was Gutes. Ich glaube wirklich, dass es oft am Hunger liegt. Der hat irgendwie so viel mehr Hunger als sonst. Und ich glaube auch, dass meine Milch für ihn einfach nicht mehr langt. Also dadurch, dass er jetzt wirklich so dran gewöhnt ist, so viel Breit zu bekommen und so oft Essen zu bekommen, dann langt das jetzt halt auch. Aber ist ja aufgeräumt gut, ne? Wo ist denn? Ich nehme jetzt mal die Schüssel. Das sieht lecker aus. Schau mal. Sollen wir noch ein bisschen Zimt reinmachen? Romeo? Das macht es lieber. Später, wenn ich die Zeit habe und bekomme, dann möchte ich gerne noch einen Thunfischsalat oder Reis mit Thunfisch machen. Das ist so ein richtig nice Essen nach dem Fitnessstudio, finde ich. Und das liebt Thuli. Und deswegen versuche ich das nachher mal zu machen. Aber mal trage mich dann zu kommen. Gut. Ich habe mir jetzt gerade meinen täglichen Freund und Helfer dazu geholt. Weil, wie ihr seht, wenn er Hunger hat oder ihm einfach zu langweilig ist, dann nehme ich dich meistens in die Trage. Weil das Essen muss jetzt noch kurz abkühlen und ich versuche gerade mal das Chaos hier hinten zu beseitigen. Übrigens kriege ich immer wieder Nachrichten auf Insta, wie ich das gemacht habe, dass Romeo so gut ist oder was ich für Tipps habe. Ich muss sagen, Romeo hat von Anfang an vielfältig gegessen. Hat das gegessen, was wir ihm angeboten haben, aber hat auch natürlich seine Vorlieben entwickelt. Also zum Beispiel Karotte mag er gar nicht. Das ist so der einzige Brei, wo mir jetzt einfällt, wo er echt eigentlich nur alles wieder ausspuckt oder gar nicht richtig den Mund aufmacht. Was er voll liebt, was ihr vielleicht auch mal aufprobieren könnt, ist Süßkartoffelbrei. Das ist sehr, sehr, sehr lecker und schmeckt eigentlich Romeo voll gut. Von daher, genau, also die Favoriten sind Haferbrei. Das ist halt jetzt gerade, obwohl du gerade nicht so den Anteil machst, aber ich glaube, das ist die Konsistenz, weil ich das diesmal nicht püriert habe. Das ist ein bisschen fester, ne? Genau, also Süßkartoffelbrei oder auch Haferbrei schmeckt Romeo richtig gut. Und sonst habe ich ihn als Tipp immer wieder ausprobieren und vor allem vielfältig ausprobieren. Und nicht verzagen, wir haben ja auch mal eine zweiwöchige Pause gemacht, weil Romeo ja so Probleme mit der Verdauung hatte. Und jetzt auf einmal hat sich das voll eingespielt. Und das ist alles wieder gut. Und dann haben wir wieder angefangen und probieren wirklich vielfältig aus. Also Avocadoprei oder Zucchini mache ich ganz, ganz viel, weil wir eben sauviel Zucchini zu Hause haben. Aber so wie vorhin gesagt, werde ich das, denke ich, jetzt so machen, weil es wirklich zeitaufwendig ist, immer extra nochmal nebenher zu kochen. Dass ich wirklich immer das, was wir essen, wenn es natürlich kindgerecht ist, ihn dann auch koche, nur ohne Salz, ohne Gewürze und dann quasi ihm einfach so gebe. Ich will mich da so ein bisschen ran trauen an Nudeln, die ich ihm einfach so gebe, gerade auch wenn da ein neuer, cooler Stuhl ankommt. Genau. Ich hoffe, euch interessiert es dem überhaupt. Vielleicht juckt es euch gar nicht und ich rede mir da seit 10 Minuten einen ab. Also schreibt mir das gerne in die Kommentare, ob ich da euch mitnehmen soll in dieser Reise und mit den verschiedenen Rezepten. Ich gebe ihm jetzt mal Essen und wir sehen uns spät. Es hat ihm so gut geschmeckt. Ich verlinke euch auf jeden Fall das Rezept und wenn ich es vergesse, dann erinnert mich in den Kommentaren. Ich habe noch ein bisschen Zimt rein, dass es ein bisschen mehr Geschmack bekommt. Das ist ja sehr sättigend, von daher, jetzt ist der kleine Mann zufrieden und happy und jetzt sind wir dran mit Essen bzw. mit Essen zubereiten. Ich habe jetzt den Haferbrei, der ja noch übrig geblieben ist, hier reingemacht. Das gibt es dann morgen. Kaum ist der Papa zu Hause, ist Robi und ich haben lacht. Das Essen, was ich meine, was so ein Fitnessessen ist mit Zwiebeln, Schafskäse, Thunfisch und Reis und das macht richtig satt. Zweieinhalb Stunden später, Romeo ist geduscht und auch am Bett. Heute hat es ein bisschen länger gedauert irgendwie. Ich weiß nicht warum, aber sonst klappt es mit einem geilen Schlafnehmer richtig gut. Aktuell ist es aber so, also seit ein paar Tagen erst, dass er echt immer weint vorm Einschlafen und wir sind ganz viel verarbeitet. Auf jeden Fall schläft er jetzt und ich habe jetzt mit meiner Schwester, was ich fast vergessen habe, einen Call, weil ich vom Finanzamt zum Dokument bekommen habe, dass ich was mit Elster quasi unterscheide, also auf dem Elster-Portal bzw. auf dem Elster-Portal wegen meinem Kleingewerbe etwas abgeben muss und da muss ich sowas ausfüllen und da hilft es ihm jetzt. Und das mache ich jetzt, dann gehe ich duschen und dann geht es ins Bett. Meine Guten, ich habe ganz vergessen ein Outro zu drehen. Ich sehe ein bisschen gerötet aus. Ich war nämlich gerade im Freibad mit meiner Mama und mit Romeo. Romeo schläft jetzt und ich werde jetzt das Video zu Ende bearbeiten und hoffe, dass ich das am Wochenende vielleicht noch hochladen kann. Vielen, vielen Dank, wenn du bis hierhin dran geblieben bist. Da bist du richtig King, wenn du bis zum Ende dran geblieben bist. Also vielen Dank, wenn du diesen Kanal noch nicht abonniert hast, dann würde ich mich sehr über ein Abo freuen, damit du nichts mehr verpasst. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Adios!